So an alle Spieler im Trend, weil es gerade ein bisschen zu sehr bei der vorigen Runde im Farmen ausgeartet ist, habe ich jetzt mal den Raum nicht hergegeben und ein 4 gegen 4 eingestellt. Die Leute sollten in etwa gleich gut, gleich schlecht sein, also das sollte passen. Die Map heißt Skorpion, ist eine ziemlich coole Map, die sieht so aus wie das, die habe ich glaube ich sogar schon einmal gespielt, aber die kann man definitiv immer und immer wieder spielen. Und jetzt spielen wir mal etwas taktischer, jetzt wird das nicht so ein vorgerammle und dann so sondern jetzt schauen wir mal ein bisschen, hier immer zurückziehen und wirklich jeden Tod vermeiden, gemeinsam zusammenspielen, so wie sich es gehört oder auch nicht. Ja oder schaut er nochmal schön zu mir nach hinten, ja so geht es doch gleich besser. Wirkt zumindest nicht so. Ja, das war ein normaler Raum, aber das vorhin, was wir da weggerockt haben, war nicht mehr schön. Wow. Ja. Das sieht doch schon eher nach einer guten Runde aus. So, mal schauen, treffe ich genau ins Loch. Oh, das Loch zu treffen ist nie so einfach, aber ich glaube ich habe getroffen. Die Männer suchen ja bekanntlich immer die Löcher. Oh. Da sieht auch schon der Punktestand schon etwas spannender dann aus. 4 zu 4. Das wird... Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Ja, das sieht dann schon etwas spannender aus hier. Wow. Stereoid rockt hier ordentlich. Wechsel auf, schauen wir mal. Bisschen auf einer anderen Seite von der Map. Nein, was machst du? Lass, Sebi, 98 in Ruhe. Und Eric, komm, du wirst auch drauf glauben. Nein, 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 ein Schuss noch, komm. Irgendwie ist gerade mein Lieblingswort. Nein, ich sage die ganze Zeit nein. Wow, wie viel HP hast du denn noch? Das war echt nur noch ein HP oder so. 8 zu 8, das ist echt spannend. So gefällt es mir, das muss ich mal öfter machen, wieder solche Runden. Nicht immer nur so unkreativ in irgendwelche vorgefertigten Räume hineingehen. Ich wusste nicht, was ich zuerst drücken soll. Nachladen oder weglaufen oder schießen oder keine Ahnung. So. Pistole läuft ein bisschen schneller. Oh, wir sind um 1 im Rückstand. Das gefällt mir nicht. Puh, das ist eine gefährliche Stelle. Da ist so viel Offenes. Aha, wieso wirft er da zwei Granaten rein? Hat der da jemals... Oh, jetzt weiß ich, wieso der da zwei Granaten reinwirft. Holla, die Waldfee, geht's noch? Da werfe ich auch gleich noch eine dazu. Bam, Leute. Was macht ihr hier für eine Versammlung? Boah, das war knapp. 29 HP noch. Ah, dann kommt er von der anderen Seite. Boah, das war schlecht von mir. Das war sehr schlecht. Der hätte jetzt sterben müssen. Fokus, Fokus. 15, 15. Das ist echt spannend. Oh, hat da gerade jemand einen Kill mit dem Hammer gemacht? Habe ich das richtig gesehen? Ich glaube schon. Nein, genau auf den Kopf von meinem Spieler die ganze Zeit. Wo sind die da jetzt? Okay, die kommen da. Dann laufen wir da mal rein. Nicht, wo schaust du hin? Du bekommst ja voll eine Schelle ab. Genauso wie du jetzt. Nein. Gott. Boah. Das sieht gerade echt nicht so sauber aus für uns. 11 zu 4 zu 4. Chris hat 4 zu 4 zu 4. Coole Zahl. Und Sebi nur ein. Nein, Granate. Ich glaube, die Granaten machen generell eigentlich viel zu wenig Schaden. Ich war jetzt direkt fast neben der Granate. Und was habe ich bekommen? 20 Schaden oder so. Das war ja echt gar nichts. Also da sollte man schon was ändern. Und dann... Hm. Da war doch gerade jemand. Ah, hier war jemand. Und jetzt von der Seite. Komm. Enttäusch mich nicht. Wo bist du? Ah, schon tot. Saubere Arbeit. Aber wir sind trotzdem im Rückstand. Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst. Was würde mich erwarten? Wieso sind wir jetzt so fett im Rückstand? Nein, ich sehe da gar niemanden. Und wieso rennst du nicht mit deiner Hauptwaffe herum? Das war ein Fehler. Wo ist... Ah, hier oben. Mein Gott. Mein Gott. Das ist übrigens diese Anonymous-Maske. Der Charakterkopf. Den bekommt man, wenn man auf der Gamescom war. Wow. Da gibt es den. Da gab es so einen Code. Konnte man sich den beim Brickforce-Stand abholen. Finde ich cool. Das sieht man. Hallo? Da sieht man dann praktisch direkt, wer... Ja, ist dann doch noch umgefallen. Wer auf der Gamescom war und wer nicht. Läuteln. Was macht ihr mit mir? Boah, der kommt... Der kommt aus der Deckung und schießt sofort. Als ob mich der schon... Gerochen hätte. Hat mich schon so lange nicht mehr geduscht? Boah. Das ist ja echt heftig. Der schießt direkt sofort. Der hat Reflexe wie eine Spinne. Vielleicht ist er das Spiderschwein. Oh oh. Unterstützung naht. Boah. Mein Gott. Das kann ja nicht sein. Jetzt habe ich mir echt mit dem Team... ...mein eigenes Grab geschaufelt. Boah. Double Kill. So wird's gemacht. Nein. Triple Kill. So wird's gemacht. Ja. Na, Holla, die Waldfee. Das sieht doch jetzt schon wieder besser aus. Aber 8 Kills im Rückstand. Bei so wenigen Leuten ist das einfach extrem schwer... ...aufzuholen. Aufzuholen. Oh. Das war knapp. Hm. Oh. Na, 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 na. Oh. So knapp ein Double Kill. Oh mein Gott. Grabscher. Grabscher. Jetzt grabsch doch mal die Feinde ein bisschen an. Hau ihnen eins um die Ohren. Oh, beide, 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 beide. Jawohl, jawohl. Damit hast du nicht gerechnet. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu euch vor. Wo schießt du? Wo schießt du auf mich? Von wo kam der gerade? Okay, ich höre Schritte. Aber die sind irgendwie woanders. Wow. Hallo, schau, 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 wo ich bin. Schau, wo ich bin. Ah, nicht getroffen. Komm, bleib stehen. Nein, von hinten, ich hab's gewusst. Das hätte ich mir doch denken können. Ich meine, die Map ist echt cool, aber... Was wir hier gerade aufführen, ist nicht mehr schön. Was machen wir denn nur? Ah, hier, Granate. Flog vorbei wie ein wendiger Vogel. Nicht mit uns. Jemand legt sich mit Bricktrend an. Auch kein Erik oder auch kein... Weiß nicht, wie ihr alle heißt. Kragor 2 oder auch kein... Komm, komm, komm. Was? Was? Keine Party ohne mich. Wo? Wo ist eine Party? Lauf nicht vor. Lauf nicht vor. Lass mich vor. Hätte er doch vorgehen sollen. Hätte er doch vorgehen sollen. Die farmen uns hier schon ab. Boah, so weit sind die schon vorgedrungen. Okay. Es wäre erledigt. Du wärst auch mal erledigt. Oh, ich liebe die BR4. Die Waffe ist so genial. Hier steht er. Ich wusste es. Ah, hier kann man gar nicht draufgehen. Das ist ein Einwegweg. Ah, okay. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, wieso die Leute hier immer stehen. Mann, Mann, Mann. Das muss man erst mal checken. Das Nachladen war jetzt nicht gut. Ich bin mir sicher, er hat locker noch 10 Schuss drinnen gehabt. Und jetzt nachzuladen, das war sein Tod. Genauso wie das sein Tod war. Mit einem Hader. Mit einem Hader. Mit einem Hader geht es better. Aber wieso erwischt er mich da jetzt? Okay, jetzt wirklich anstrengend. Ich habe 10 Tote. 2,31 Kills auch, aber 10 Tote. Ich muss mich jetzt echt mehr ins Zeug legen. Und vielleicht sollten die anderen mal auch anfangen, Kills zu machen. Bitte, Leute. Lasst mich nicht im Regen stehen. Ihr könnt es schaffen. Ihr müsst auch mal einen Kill machen. Wow, 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 ja, 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 ja. Nein, wieso steht hier auch noch jemand? Boah. Wie habe ich den jetzt noch gekillt? Geht in Deckung, geht in Deckung, geht in Deckung. Laber mich. Was laberst du mich voll? Was laberst du mich voll? Ganz ehrlich, wieso laberst du? Das kann es ja wohl nicht geben. Komm, wie er sich hinter der Ecke versteckt. Okay, das heißt, hier kann man ja gemütlich stehen. Da kann ja gar niemand kommen, wenn die da nicht draufhüpfen können. Das habe ich ja nicht gewusst. Das habe ich ja nicht gewusst. Muss mir auch mal jemand sagen. Ist der jetzt da hinten? Oh man. Oh, da kommt er. Ja, ich habe gewusst. Hm. Ich will nicht schon wieder pessimistisch klingen, aber es sieht nicht so gut aus für uns. Hat nicht dacht. Spongebob, wenn du noch einmal redest, wirklich, ich drehe dir den Hals um. Was? Was redest du die ganze Zeit? So, jetzt aber. 20 Rückstand. Können wir das noch aufholen? Um die Ecke ist einer. Wopala, danke für die Info, Sebi. Das war der zweite. Komm, einer geht noch. Ein Triple Kill jetzt, bitte. Los, gib mir einen. Okay. Dann eben nicht. Ich bewache jetzt mal hier. Wenn die sowieso hier nicht draufkommen, dann müssen sie hier vorbei. Egal, was auch passiert. Nein, da sah ich die Granate. Aber die hat wieder nur drei Schaden. Okay, die hat mir die fette Rüstung abgezogen, aber trotzdem, diese Granaten, die machen ja gar nichts. Wir sind die viel zu schwach. Dann muss man, die muss man ja wirklich jemanden vor die Füße legen. Damit die was bewirken. Wo geht die Party ab? We like to party, we like to party. Na, immer so knapp. Der übelte Überleben immer so knapp. Echt, wo bist du? Komm raus. Komm doch raus, Erik. Na eben. Aber das war jetzt gar nicht dicht. Das war Chris. 2106. Hier. Hier muss man auch immer hinter der Ecke stehen. Da ist vorher so ein kleiner. Oh mein Gott, das stinkt irgendwie. Hoppala, die Kamera ist ja an. Ich hab die Hoffnungen schon aufgegeben. Oh mein Gott. Jetzt mach ich nur noch blöde Sachen. Jetzt mach ich nur noch blöde Sachen. So was kann man doch nicht machen. Solche blöden Sachen. Oh ja. Das ist, weil ich die ganze Zeit diese... Wie sind denn die da raufgekommen jetzt überhaupt? Das ist ja auch mal die Frage. Auf den Kopf gesprungen. Weil ich die ganze Zeit nur so riesige Räume gewöhnt bin. Ist das gleich wieder was ganz anderes für mich. Werd ich aber auf jeden Fall öfter machen müssen jetzt. Um da auch ein bisschen... Muss ja wirklich nachsitzen. Strafspielen hier. Los, komm. Ja, ich hab's gewusst. Jetzt lade ich... Ich warte extra ohne nachzuladen. Dann lade ich nach. Dann kommt der natürlich. Ich hab's ja sowas von gewusst. Ich brauch irgendwas zum Werfen. Ich brauch... Ich werd generell einiges ändern müssen am Brick Force. Weil die letzten Male, wo ich jetzt gespielt hab, vorher zum Warmwerden die Runden, wieder zwei Hacker erwischt. Das ist echt uncool. Das ist gar nicht cool. Das verdirbt einem auch ein wenig den Spielspaß. Alter. Nein, nein, nein. Schieß dir mir meine letzte Kiste weg. Meine letzte Zuflucht. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach nur in Ruhe. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Noch eine Minute. Ich kann nicht mehr. Erlöst mich. Die Runde ist echt schon zu lang. Die Kräfte sind am Ende. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh. Mami. 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 Ah, die Granate wird dir nichts bringen. Oh, doch. Die Granate hat ja noch so weit geworfen. Oh, Mann. Wieso stinkt das? Das ist doch nur so eine Strumpfhose. Also keine Strumpfhose, aber so ein komischer Stoff. Wie kann das stinken? Ich glaube deshalb, diese Düfte dringen in mich ein und machen komische Sachen mit mir. Nein, wir haben episch verloren. Nein, 50, 17, 17. Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Okay, macht nix. Ich habe noch immer den Raum Nummer 1. Lass mir jetzt vielleicht wieder irgendwas einfallen. Was lasse ich mir diesmal einfallen? Ich habe die Macht. Ich habe die Macht. Ich kann alles machen. Ich kann ein Passwort machen. Ich kann alle kicken. Ich kann alle Plätze spenden. Ich kann weiß ich nicht. 1 gegen 8 wieder machen. Ich kann alles machen. Ich mache. Ich kann alle Plätze spenden. Untertitelung des ZDF, 2020